Wer zur verdammten Hölle packt da 32 Kilo rein? Was sind das? Wackersteine oder was? Gold? Meine Güte! Ich musste das schon von unten hoch bringen. Jetzt muss ich da noch weiter hoch. Ja, jetzt bin ich noch ein Stocker-Kör. Aber dann bist du fertig danach. Wenn ihr das geliefert kriegt, lasst es euch bis zu eurem Tisch am besten liefern. Oh ja, heute gibt es ein sehr gemütliches Review im Sitzen, weil ich nicht vorhabe dieses Ding auf den Tisch rauf zu wuchten. Das wiegt 32 Kilo, das kann man auch am Boden machen, das bleibt einfach da. Ja, es geht hier um den Kiddi Plus 4. Ja, steht nur Plus 4 drauf. Dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ja, zuerst würde ich jetzt gerne eine Grundsatzdiskussion über das Wort Kiddi oder Schidi in meinen Kommentaren auslösen. Ich kann nur so viel sagen. Was macht der Frosch? Bestimmt nicht Shark. Der macht nämlich Quark. Wie macht der Frosch Quark? Kiddi. 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 Ihr habt das gehört. Also auch hier zum Beispiel dieser Mann da, dieser Don Quixote. So schaut man den so. Also jetzt sagt man auch Quixote, nicht Shishot. Don Quixote. Don Quixote. Noch ein Beispiel. Denn man sagt ja auch nicht China oder China, sondern China. China. Das war Deutsch. Wie groß wollen Sie einen 3D-Drucker bauen? Ja. Es gibt nichts, was ich mehr hasse mittlerweile als Foam. Aber gut, hier ist noch etwas, was ich noch mehr hasse. Styropor. Aber es hilft halt nichts. USB-Flashdrive included. Takeout hier. Wie? Ich muss das erst rausziehen, glaube ich, oder? Boah! Hm? Oh Gott! Komm, Freund! Und dann zieh es halt hier raus, mir doch wirst. Bin eiskalt. Okay. Ah ja, so. Das Styropon muss ich dann raus schneiden, oder was? So, was haben wir hier tolles? Nimm die Griffe, zieh es raus. Genau! Nimm die Griffe, zieh es raus und dann stelle es auf den Tisch. Ja, hier ist der Druckkopf eingepackt. Da muss ich noch mit dem Seitenschneider ran. Einmal... Seitenschneider bitte. Schwupp. Zack. Die Kabelbinder, jawohl. Da ist auch noch was drin. Ein... Ach, da ist auch noch ein Kabelbinder hier. Ja, schmeißen runter. Dann hier haben wir auch wahrscheinlich... Nee, geht noch nicht. Komm mal näher ran hier. So, da ist jetzt hier... Und das? Geschenkel. Ja, das hat wieder so ein... Zeug, das müssen wir dann wieder auspacken erstmal. Was ist das? Aha. Das ist zum Putzen, sind wir klar. Dann muss ja das auch zum Putzen sein. Interessant. Aber die haben hier... Ah ja, ja, okay, okay. Das gefällt mir gut. Sie haben jetzt hier auch so einen... Ja, so einen Pupshot im Prinzip. Tatsache. Der fliegt dann hier hinten raus. Das ist im Prinzip wie bei einem anderen Drucker, den ich jetzt nicht erwähne. Das ist ganz einfach. Ihr wisst aber alle, wen ich meine. Ihr wisst das aus der Werbung. Ich fahre mal, die Werbung... Das macht da nichts. Aber das finde ich gut. Hier kann ich nachstellen. Da kann ich auch nachstellen. Hier steht noch was drauf. Finde ich auch gut. Kann man dann hier oben drauf machen. Den eintüllen, den da rein. Okay. So. Pupshot. Dann haben wir hier noch wahrscheinlich Heizung oder so. So, was haben wir hier jetzt noch Schönes? Ich muss hier wahrscheinlich noch was aufmachen. Screws to remove. Da stehen sie und da stehen sie und da stehen sie und da stehen sie. Das sind vier. Was steht hier noch? Aluminium Plate Hotbed. Okay. Hilf mir noch nicht weiter. Auf alle Fälle mache ich jetzt die vier Schrauben hier auf und dann geht es weiter. Das ist mal... Das ist schon ein großer Kopf. Das ist meine Hand. Das ist der Kopf. Das ist schon groß. Alter, Alter. Da haben die alles da drin. Aber hier ist das hier. Ah ja. Hier zum Schneiden. Ja. Ja, ja, ja. Ich sehe die Tendenzen, wo es hingeht. Okay. Ich muss nur noch so gut drucken. So, die Screws are out. Now we have to... ...schraube this thing on this tile. You know. So, die Frage ist, wird er es schaffen, ohne etwas kaputt zu machen? Ich glaube nicht. So. Dann machen wir hier rein. So, machen wir jetzt einmal das weg einmal. Und dann machen wir es wieder hin. Dann... ...deil ich sage, machen wir das einmal so hin. Dann kann man das jetzt hier so... ...herein schieben. Okay. Und dann, tschack, knackt einmal weg. Fast so. Okay. Das habe ich von meinen Kollegen schon gehört, dass das etwas frech sein soll hier. Und den nur mit großer Gewalt rausbringt. Ich schau mal, ob ich da irgendwie reinkomme. Ah, okay. So, geht. Der Griff war da, wo er hingehört. Nein, ich komme nicht mehr rein. Ich habe das Glas zugemacht oben. Ach komm. Den Griff, den finde ich gut. Der ist hochwertig. Was ich jetzt von dem Plastik hier... ...naja. Nicht so behaupten kann. Also, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er wesentlich hübscher ist, als im Prinzip, ja, sein Vorgänger. Der X-Max 3. Also, nicht X-Max. Ihr wisst ja, das ist der Max. Aber der andere war auch nicht so schön wie der. Das ist tatsächlich so. Also, ja, für den Standofen ganz hübsch. Aber ich kann euch trotzdem sagen, was ich jetzt als allererstes mache. Denn ich weiß es von dem alten Kitty. Wenn wir ein Firmware-Update machen müssen, dann dauert das sehr lange. Deswegen mache ich das, wenn dann gleich am Anfang. Damit ich nicht das ganze Gedöns habe, wie alles kalibrieren und einrichten. Und dann sagt der Firmware-Update. Und dann fangen wir wieder von vorne an mit kalibrieren und einrichten. Deswegen suche ich mir jetzt erstmal ein Firmware-Update. Im Internet. Es sieht auf jeden Fall mal hübsch aus, muss ich sagen. Also, das gefällt mir gut. Macht keinerlei Geräusche. Finde ich auch gut. Ich mag es, wenn die Drucker nichts sagen. Ich finde es auch gut, dass das eigentlich schon alles vormontiert ist. Dass ich das nicht alles selber hinschrauben muss. Finde ich auch gut. Wer braucht ein bisschen lang? Ah, jetzt geht das Licht an. Sehr schön, sehr schön. Okay, diese Sprache verstehe ich nicht. Wir haben Deutsch. Haha, geil. Weiter. Entfernen Sie die Kabelbinder. Check, habe ich. Entfernen Sie die vier Schrauben. Check, habe ich. Vergewissen Sie sich, dass die Blattform sauber und entriegelt ist. Check, habe ich. Cool, fährt. So schnubbi. Was ist das hier? Achso, heißt nicht schnubbi, heißt kitty. Mhm. Okay. Installieren Sie die Materialhalter. Als hätte ich das nicht schon lange gemacht. Drücken Sie das Filament bis zum Erreichen des Extruders in das Rohr. Jetzt? Wie ist das denn jetzt? Ich möchte das nicht jetzt machen. Na gut, mache ich es halt. Na gut, dann mache ich es halt. Was nehmen wir denn? Irgendwas hässliches, wie in dem Gelb. Es geht sehr leicht. Die haben ein schönes PTFE-Rohr. Jetzt nicht mehr so gut. Ja, das ist ein bisschen geknickt hier. Sehe ich schon. Okay. Aber das ist ein ziemlich breites PTFE-Rohr. Das ist auch gut so. So, drücken Sie das Filament bis zum... Ja, habe ich. So, Achtung. Was? Weiß ich doch nicht. 230. Wieso muss ich das machen? Mach doch du das. Klicken Sie auf die Ladetaste und drücken Sie das Filament weiter, bis es aus der Düse kommt. Aha. Sieh, das machen soll. Ladetaste. Okay. Ich drücke. Ja, er zieht ein. Finde ich gut. Ui, 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 der reicht. Jetzt drücke ich auf weiter. Herzlichen Glückwunsch. Einführung ist abgeschlossen. Sehr toll. Okay. So, das heißt, wie gesagt, jetzt suche ich meine Firmware. Ja, auf dem USB-Stick findet ihr im Prinzip, ja, einmal die Slicer-Software und, warte mal. Nein, das ist der falsche USB. So, hier. Ihr findet die Slicer-Software, findet das Test-File. Wenn ich hier reingehe, sagt er mir hier Software-Download-Link. Dann gehe ich hier drauf und hier finde ich im Prinzip die Webseite zum Firmware-Download. Die Webseite zum Firmware-Download sieht dann so aus. Ja, ihr geht dann hier auf den Kidi Plus 4, sagt Download. Dann kommt ihr auf die Release-Page, geht hier drauf auf das Zip-File. Ja, und dann lädt ihr euch das runter. So, in dem Zip-File drin sind jetzt einmal diese Sachen hier. Moment, einmal Kudi Update. Dieses Verzeichnis hier kopiert ihr einfach hier auf den USB-Stick, der mitgeliefert worden ist. Und jetzt schmeißen wir den USB-Stick in den Drucker, weil er kann die Fernwärmeer so nicht runterladen. Das geht nicht weg. Okay, ich bin gespannt. Also 1.4.0 habe ich jetzt online gefunden. Ich kann jetzt hier Online-Aktualisierung machen. Wie das? Ich habe noch gar keinen... Ich bin doch gar nicht online. Was redest du? Moment. Okay. Jetzt aber. Updates prüfen. Online. Ich bin gespannt. 132. Ich habe aber hier... 1.4.0. Aha. Ja, mach mal. Ist ja egal. Zur Not suche ich einfach nochmal. Vielleicht finde ich da noch was. Gut. Wir lassen ihn mal tun. Sieht gut aus. Ja, das ist natürlich praktisch. Download fehlgeschlagen. Nochmal bitte. Wieso schlägt der Download fehl? Okay. Wir gehen jetzt natürlich wieder auf Updates prüfen. Sagen jetzt Offline-Aktualisierung. Lokale Aktualisierung. Erkannt. Jetzt aktualisieren. Yo. Da ist jetzt auch die 1.4.0-Version drauf. Und schauen wir mal, ob das funktioniert. Das könnte jetzt wieder eine Stunde dauern wie beim X-Max 3. Wir gucken mal. Also so lange lasse ich es jetzt nicht laufen. Ich mache jetzt aus. Ja, genau. Das dachte ich mir schon. Das geht jetzt hier so richtig ab. Ich mache mal eine Stoppuhr an. Löschen. Schwupp. Dann schauen wir mal. Das Mikro Kapi. 10 Minuten. 32 Minuten hat das Update jetzt gedauert. Okay. Bin glücklich. So. Update vollzogen. Wenn. Ähm. Ja. So. Jetzt müssen wir alles separat machen. Muss ich das? System Nachricht gibt es da was? Hinweis. System funktioniert auch dann. Toll. Super. Pop-up-Berinnung. Aftersales. Brauche ich nicht. So. Heim. Extruder. Blablab. Kontrolle. Was haben wir hier? Kann ich kontrollieren. Dokumentiere. Was ist hier? Ah ja. Das ist das Zeug, was hier drauf ist. Okay. Jetzt. Da wollte ich hin. Plattform Kalibrierung. Bitte bestätige, dass die Pi richtig platziert ist. Ja. Was soll ich machen? Wenn die Plattform zu stark kippt, klicke Motor entsperren. Mach ich. Ne, der kippt nix. Das ist gut. So, jetzt einmal ganz runtergefahren. Einmal ganz hoch. Ja, meine Hedgehogs wird etwas laut. Der ist eigentlich der Druckkopf, glaube ich. Ja, ich meine, ihn bewegen zu sehen. Alter Fahrrader, der macht Krach. So wie Krach hat noch keiner gemacht bei dem. Was stimmt denn für euch nicht? Eieiei. Da hat man so einen Lärm. Ich dachte, es wäre jetzt vorbei. Also was man sagen kann, die Lautstärke ist ungefähr so wie beim Bamboo. Es sitzt nicht besonders laut. Muss ich tatsächlich positiv anmerken. Wenn man mir zu macht, ist es sogar noch leiser. Wenn man mir zu macht, ist es sogar noch leiser. Irgendwas stimmt doch ja nicht, oder? Bis zum nächsten Mal. Wie man hier sehen kann ist es hier vorne auch nicht so schön geworden. Schauen wir mal. Was ist das? Warum? Schauen wir mal was das jetzt noch wird mit dem Ding. Es sieht für mich so aus als würde er vom Slicer den Filamentwechsel einfach mal ignorieren. Das ist aber nicht schön. Ich habe das Material einfach mal selber ersetzt. Schauen wir mal ob es jetzt wieder so funktioniert wie ich es mir vorstelle. Okay das ist ein Fail weil es sieht nicht gut aus. Dann machen wir es nochmal. Außerdem habe ich hier mal wieder Stringing. Ja nochmal und diesmal versuche ich es mit Pause nicht mit Filamentwechsel. Also mit Pause funktioniert es. Filamentwechsel braucht ihr nicht einstellen im Slicer. Da kann das nicht. Das ist nicht cool geworden aber es liegt nicht am Drucker. Es liegt einfach am Bild. Hätte ich gesagt. Das ist kein gutes Uforge. Zum Scheiße ausschauen ist es auch noch Stringing dazu gekommen. Ich war jetzt gerade dabei den Extruder auseinander zu bauen weil ich mir dachte vielleicht ist die Schere nicht stark genug und deswegen wird das Filament nicht komplett ja nicht konsistent rausgegeben. Aber mir ist etwas anderes aufgefallen. Ich weiß gar nicht ob ich das sehen kann. Gucken wir mal rein. Also ich meine dass das hier kein gutes Druckergebnis geben kann ist glaube ich fast logisch. Weil ich ja allein durch diese Vibration hier kriege ich ja da schon niemals was rausgegeben. Das würde ja auch erklären warum das hier so furchtbar furchtbar aussieht. Ja weil es ja komplett verwackelt. Das heißt was ist mit den Lagern hier los. Ich muss mal gucken. Ja muss ich sagen dass es hier ein ziemlicher Krampf ist das da raus zu machen. Ja wird interessant. Ich muss ein bisschen lauter sprechen. Wie im Hintergrund läuft muss ich. Ich habe keine Lust hier auszumachen. Ja toll. Jetzt muss ich die Platine hier raus machen. Da sind drei Schrauben die habe ich schon offen. Muss man die mal raus ziehen hier. Geht da schon was weiß ich nicht. Vielleicht oben noch. Ja da muss ich oben noch die Zugentlastung weg machen. So was ist das hier. Ich habe jetzt hier oben noch zwei Schrauben gefunden die das ganze oben öffnen lassen. Hier. Da sehe ich auch ein Lager drin. Ich glaube bei mir fehlt unten ein Lager. Nehme ich da. Wahrscheinlich muss ich das weg kratzen. Ich versuche das mal. Hier unten gibt es noch zwei Schrauben. Ich versuche die mal zu öffnen. Haha. Also wie wir sehen es gibt kein zweites Lager. Warte mal mit hier. Es gibt hier so eine Gleitschiene im Prinzip. Die Gleitschiene ist auch echt okay. Also da wackelt eigentlich. Obwohl. Ja. Auch die hat schon Spiel. Aber bei weit nicht so viel. Wie das komplette Gehäuse. Und jetzt muss ich mal hier schauen. Wie wir das da schaffen. Dass das kein Spiel mehr hat. Zumindest nicht vorne und hinten. Also hier kann man es sehen. Gucken wir mal. Wieso ist das denn? Was ist denn das hier? Sieht ja fürchterlich aus. Was soll da draus sehen? Grafit? Bleistift. Ist ja so. Bleistift. Da wäre das aber schon ganz schön verhundertelt. Für das. Dass es neu ist. Na ja. Gucken wir mal. Ja. Ich kann euch schon sagen. Wozu diese zwei Klebepunkte waren. Die hier halten das hier in Position. Und sollen wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass kein Spiel da entsteht. Da war aber Spiel. Und das ist. Was soll das sein? Heißkleber oder was? Das heißt, die haben das einfach genommen hier. Dann von der anderen Seite mit Heißkleber rein. Und ja. Und wenn das dann abliegt. Dann habt ihr den Salat. Dann habt ihr hier Spiel as fuck. Denn dann könnt ihr das hier drehen. Und das hat es wohl auch schon getan bei mir. Und hier habt ihr noch ein Stück Alufolie. Was da noch den Rest dagegen halten soll. Ja. Dann habt ihr schön da rein gepusht. Muss ich jetzt aber echt mal sagen. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Mit Kleber das Ding da fest. Dann mache ich doch eine Schraube vorne hin. Dann kann ich es wenigstens fest machen. Musik Das geht natürlich jetzt ein Stück weit zäher wie vorher. Aber ich würde mal sagen, da müssen wir jetzt erstmal durch. Jetzt schauen wir mal, wie es jetzt mit der Qualität aussieht. Pflanze ich den da drauf? Ich glaube ja, den hinteren Teil pflanze ich da jetzt nicht drauf. Das ist mir jetzt gerade zu blöd, halt so rum. Der Rest, alle Schrauben sind soweit wieder drin, glaube ich. Nein, sind schon drin. So, ok, ok, gut, gut, gut. Ja, dann schmeißen wir nochmal an und probieren es nochmal, würde ich sagen. Ah, ich habe noch die Schraube gefunden. Hier ist sie. So, das ist der Versuch mit dem festen Teil ohne Spiel. Jetzt schauen wir mal, was das wird. Ob der dann wenigstens jetzt einigermaßen gut wird. So, jetzt können wir gespannt sein. Also ich muss sagen, ich sehe es jetzt schon. Klar ist es stringig jetzt noch. Müssen wir schauen an, was das noch liegt. Aber das sieht schon mal wesentlich besser aus, wie vorher. Ja, also das ist tatsächlich, schau mal, das war das Problem. Wesentlich besser, wenn auch noch nicht wirklich perfekt. Muss ich auch sagen, also hier oben gefällt es mir noch nicht. Na, hier schaut es immer noch nicht so gut aus. Naja, das geht noch nicht. Geht gar nicht. Also, ein Problem gefunden. Es sieht auch hier besser aus. Allerdings, naja, vielleicht sollte ich nochmal eins probieren. Wir versuchen nochmal Kalibrierung von Input Shaper etc. pp. Weil jetzt schaut es ja ein bisschen anders aus. Schauen wir mal hier, ob es jetzt da noch irgendwas gelöst hat wieder. Na ja, also hier wackelt nichts mehr, was gut ist. Natürlich, wie gesagt, das hier geht jetzt alles etwas zäher. Na ja. So, mal als Vergleich. Das zwar vor der Behandlung. Also das hier, das hier, das hier. Man sieht hier schon wirklich übel. Was mir auffällt mit diesem Filament tatsächlich, wenn man es von oben leuchtet, sieht es tatsächlich noch ein Stück weit schlimmer aus. Hier ist auch noch nicht wirklich schön. Hier ist allerdings das Ergebnis, was ich haben will. Das hier ist vom Bamboo. Und das hier bekomme ich hier aber leider nicht. Also, schau mal hier nochmal rein. Auch hier beim Bamboo ist es mit dem Filament tatsächlich nicht perfekt. Das ist so. Das liegt auch am Filament. Allerdings schon wesentlich besser als das hier. Wenn man sich das jetzt mal anschaut. Und ja, was soll ich sagen. Wie gesagt, mit dem Bamboo hier funktioniert das hier. Mit ihm hier. Ich kann es probieren, egal wie rum. Ich bringe es schon irgendwann durch. Aber schön ist anders. Jetzt probieren wir es nochmal mit einem guten Filament. So, letzter Versuch war das jetzt. Das sieht auf jeden Fall mal wesentlich besser aus als die vorherigen Versuche. Ja, nachdem jetzt das Wackeln gefixt ist, habe ich mir gedacht, jetzt können wir auch mal mit ABS ein bisschen was machen. Ein bisschen funktionale Bauteile machen. Für meinen Simmerick wird das jetzt ein Winkel, der meine Wheelbase stützt. Und wird gedruckt mit, ich glaube so. Ich glaube, ich habe hunderte Infill gemacht. Sechs Wände. Und wir gucken mal, wie das ist. Also ABS von Ehsan ist das. Ja, im Übrigen liefert Kidi gleich oder Shidi oder weiß der Geier wie ihr, das sagt mir egal. Liefert gleich so lustige Nüppel mit hier im Karton. Und die kann man wunderbar hernehmen, um seine Scheibe oben aufzumachen. Ja, und dann auch wenn das vibriert oder sowas, vollkommen wurscht. Die sind nämlich aus schönem weichen Gummi. Und ja, dann ist die Scheibe oben offen. Wenn man PLR druckt, dann muss man die Scheibe nicht andauernd irgendwo anders hinlegen. Das ist schon mal ganz gut. So, hier ist im Prinzip wieder die Fluidoberfläche. Ihr seht hier auch die Kamera. Und die Kamera ist eigentlich echt gut, wenn ihr schaut. Also die geht tatsächlich hier mit 15 Frames. Also nicht wie beim BambuLab. Die geht schneller und besser. Man kann auch gut erkennen. Also was ich sehr gerne mag, ist tatsächlich die Beleuchtung, die da drin ist. Weil man halt alles wirklich schön sehen kann. Da braucht man nichts mehr nachrüsten. Ja genau. Und hier könnt ihr eigentlich dann alles machen, was ihr so im normalen Clipper machen könnt. Allerdings, was ich noch nicht gefunden habe, ist hier eben so eine Update Variante. Also wie alt dieses Drucker dann wieder, äh dieses Drucker, dieses Clipper dann sein wird. Das weiß ich natürlich nicht. Der erste, das erste Update habt ihr ja gesehen, muss man per USB Stick machen. Die anderen gehen dann eben alle über, ja, over the air, also über das WLAN. Da braucht ihr dann nicht mehr so lange warten. Ja, jeder der sich jetzt mal das Kiddy Studio angeschaut hat, also das ist ja empfohlen von Kiddy selber. Man kann auch den Kiddy Slicer benutzen. Der ist dann eher diese Prusa Slicer Verschnitt, Kopie, weiß ich nicht. Ja, und hier werdet ihr sehen, ja sehr sehr viele Analogien zu Bambu Studio. Noch dazu natürlich auch das Profil des Kiddy. Ist eigentlich eins zu eins das, was der Bambu Lab mit liefert. Und zwar bis ins kleinste Detail, wenn man hier mal durch... Ich habe mir die Mühe gemacht, ich bin wirklich jeden einzelnen Parameter durchgegangen. Auch bei den Filamenten bin ich jeden einzelnen Parameter durchgegangen. Und ich glaube, ein einziger Parameter hat sich unterschieden, das war der Fluss. Und der Rest war alles gleich. Und ich habe natürlich jetzt, wo ich festgestellt habe, dass diese Teile hier nicht besonders gut werden, bin ich natürlich jetzt mal durchgegangen, habe das angeschaut und habe dann festgestellt, okay, es gibt nicht wirklich einen großen Unterschied. Habe es dann mal umgestellt auf das, was der Bambu eingestellt hat. Und es ist auch nicht besser geworden. Und nachdem ich dann wirklich alles probiert habe, ich habe den Drucker ja auf den Boden gestellt, weil ich mir dachte, okay, vielleicht vibriert mein Tisch zu sehr, vielleicht kann er das nicht ab. Habe ich dann eben geschaut, dass ich mal in den Druckkopf hineinschaue. Und dann ist eben das Problem aufgekommen, dass halt der Kleber dann abgegangen ist von dieser komischen Gleitschiene. Ja, was willst du machen? Ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt von oben einmal in den Drucker reinfahren, sieht man hier, hier ist noch Plastik. Und ab da, ja, da ist kein Plastik mehr, das ist Klebeband. Also hier hat man sich nicht mehr so ganz die Mühe gemacht, das dann schön zu machen. Sagen wir, man hat einfach hier mit Klebeband überklebt, wo man halt ein bisschen was zu verstecken hat. Ist jetzt nicht, mei, ist jetzt nicht ausschlaggebend. Aber es gibt halt so ein paar Sachen eben, ja, wie gesagt, das hier mit dem Lager geht halt einfach gar nicht, dass das da nicht fest ist bzw. dass da vorne Kleber reingemacht wurde und dass man damit versucht, das Ganze zu machen. Wenn der Kleber jetzt das Ganze ausgefüllt hätte da drin, wäre das wahrscheinlich gar nicht passiert und wäre nie aufgefallen. Aber das ist halt so eine Kleinigkeit, wo man sagt, ja gut. Dann gibt es noch ein paar andere Probleme, die mehrere Nutzer haben. Zum einen mal, ja, schaut einfach Robert sein Video an, dann wisst ihr es sowieso, der hat ja mehrere Videos gemacht. Die SSDs, nein, die SSRs brennen teilweise jetzt bei den 110 Volt Varianten ab. Ja, ist jetzt nicht besonders toll. Ansonsten, man kommt eigentlich schön hin, hinten zum Spannen, das finde ich gut. Er funktioniert vom Druck her vollkommen problemlos. Schaut mal her, hier ist zum Beispiel da, da ist eine Kante, ja, hier ist die Kante auch, aber nicht so. Jetzt ist hier zum Beispiel wieder kein Klebeband rum. Hier haben sie mit Klebeband gearbeitet. Ja, wenn man seinen Pfusch halt verstecken will, gell, ist das halt ein bisschen. Ja, hier ist dort, naja, was ist das hier? Da fällt auch schon der Kabelkanal ab, fällt mir gerade auf. Das ist, weil es ein bisschen wärmer geworden ist wahrscheinlich. Er ist sicher rübergegangen. Hier ist mit Schaumstoff ausgekleidet, hier ist auch gut, weil er dann weniger laut ist und weniger Resonanzkörper bietet. Ja, der Pupschut, den finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Allerdings müsst ihr gucken, hier hinten, wenn ihr das aufmacht, ihr müsst den Deckel wieder drauf machen. Also, was müsst ihr jetzt eigentlich machen, wenn ihr den hier aufschrauben wollt? Vom Prinzip eigentlich nur, ihr müsst den Deckel hier, Moment, das muss ich nochmal gucken, man muss ich glaube ich nach oben schieben. Also hier ziehen und nach oben schieben, genau. Dann kann man ihn aufmachen und dann könnt ihr die vier Schrauben, die jetzt da drin sind, eben wegschrauben. Ich zeige es euch nochmal im Bild und danach am besten einfach wieder zumachen das Ganze. Dann funktioniert auch der Pupschut, denn der funktioniert nur, wenn der Deckel hinten drauf ist und hier dagegen fährt. Also er holt sich dann hier unten den Pup, zieht ihn hinten raus. Was ich gut finde, ich habe es mal aufgehoben, der Pup ist etwas kleiner als beim Bamboo und funktioniert trotzdem. Also es geht auch mit weniger Verlusten, muss man sagen. Was hat sich hier schon aufgelöst? Hier sieht man schon, da ist schon ein Teil davon abgefallen. Na gut, kann man mit Leben. Ja, ansonsten, was kann man sagen? Ja, wenn man von der Seite schaut, so ein paar Qualitätsmängel gibt es halt auch hier. Ich sage, das hier ist Blech und hier wo es ins, ist das auch Blech? Weiß ich nicht. Ja, könnte Blech sein oder halt auch nicht. Auf alle Fälle hier, wo es dann übergeht, dann habe ich hier Spaltmaße. Ja, also, ja, das ist nett gemeint, aber auch hier drüben schaut es so aus. Hier ist es aber nicht so krass, also da steht die Seite nicht weg. Das ist in Ordnung. Hier schaut es wieder anders aus, als hätte da jemand das da reingepfuscht. Naja, es wäre mir echt egal eigentlich. Wäre mir eigentlich wirklich egal, wenn da nicht eben andere Sachen noch gepfuscht worden wären, die dann verheimlicht werden im Prinzip. Also die versucht man dann zu kaschieren. Und deswegen, naja, man sieht ja nicht rein in das Gerät, deswegen weiß ich nicht, ob da nicht noch mehr kaschiert worden ist. Hier, wie gesagt, also es ist natürlich nichts Hochwertiges hier. Das Plastik ist nicht besonders hochwertig, ist Guss. Auf den ersten Blick sieht es so aus. Wie gesagt, hier ist eine Kante, das ist Metall meine ich. Ja, das ist ziemlich scharfkantig, also aufpassen, wenn der da rein fasst. Ja, ansonsten hier, wie gesagt, das System ist cool, es funktioniert. Hier ist der Filamentpuffer. Das geht. Oder hier. Ja, das ist halt nicht durchgängig gut gemacht. So zieht es sich halt überall durch. Ja, vom Prinzip her habt ihr jetzt alles gesehen, was ich so gedruckt habe. Ja, der Wolverine-Helm, ihr habt es gesehen, das war noch vor der Operation. Den müsste man jetzt theoretisch nochmal neu drucken. Dann hätte man wahrscheinlich auch diese Stellen nicht. Also auch gerade diese Einschlüsse an der Seite. Die sind meiner Meinung nach daher, weil eben dieser Kopf so locker war. Ihr habt aber auch gesehen, also das Lithophane, hier meine ich, ist es. Ja, das ist schon ziemlich geil geworden. Also das mit der Umbrella Academy, übrigens auch eine sehr geile Serie. Dann, das ist so ein Familienfoto. Da muss ich tatsächlich sagen, da muss ich mit dem Kontrast ein bisschen spielen. Das habe ich verkackt. Die anderen Sachen hier, diese ganzen kleinen, ja wie heißen sie denn, die Spiralen. Ich verlinke euch die ganzen Sachen natürlich unten in der Videobeschreibung. Also das ist von Maker World. Das hier, die Spiralen sind auch von Maker World. Die Uforges habe ich selber gemacht. Ja und dann habt ihr noch gesehen, ich habe ja in ABS noch etwas gedruckt. Also das ist schon ziemlich geil geworden. Da kannst du nichts mehr sagen, da ist kein Stringing, da ist gar nichts. Ein bisschen Ghosting sehe ich hier tatsächlich. Aber damit glaube ich kann ich leben. Das ist nicht so tragisch. Und hier, das war auch noch vor der Operation. Also da seht ihr auch hier eventuell noch, das habt ihr auch vor einem Video schon gesehen. Diese Ausbuchtungen nach vorne, die eben dem geschuldet sind, dass er beschleunigt. Und dann eben kippt und wieder zurückfährt. Ja. Im Großen und Ganzen. Ich war kurz davor, dass ich sage, der ist eigentlich wie ein großer Bamboo. Aber leider halt doch mit ein paar Abstrichen eben in der Verarbeitungsqualität. Und die ganzen Sachen, die jetzt eben aufgekommen sind in der Zeit. Die natürlich bei jedem Drucker vorkommen können. Ihr habt es beim Bamboo A1 oder beim A1 war es glaube ich gesehen. Es gibt immer mal wieder Probleme, die wenn behoben werden, dann ist es ein guter Drucker. Und bei dem ist es halt auch so. Wenn ihr da Probleme habt, ihr werdet eher Probleme haben als bei einem teureren Modell. Ganz klar. Der kostet jetzt 800 Euro. Tut so. Also er hat Ambitionen zum Bamboo Lab ranzukommen. Aber wenn man dann mal ganz genau hinschaut, dann halt eben nicht. Und ja auch bei den Spiralen mit dem anderen Filament. Er ist nicht so präzise, so exakt präzise wie der Bamboo Lab muss ich sagen. Also beim Bamboo Lab habe ich bei keinem Filament Probleme gehabt, die Dinger ineinander zu stecken. Die fallen einfach durch. Hier fehlt sich da noch ein bisschen was. Vielleicht kann man mit den Einstellungen im Slicer noch ein bisschen was machen. Weil wie gesagt, diese Einstellungen im Slicer sind dann auch einfach alle kopiert. Genauso wie der Rest eigentlich hier. Wobei ich sagen muss, kopieren ist nicht unbedingt schlecht. Man muss es halt nur gut machen. Und wenn die gut kopiert haben und hätten es dann besser gemacht teilweise, dann hätte man auch sagen können, ja gut, jetzt haben wir den Anwärter dazu. Das ist jetzt der große Bamboo, auf den wir die ganze Zeit warten. Ist er halt jetzt leider noch nicht. Auch wenn es Tendenzen gibt. Auch der Druckkopf selber, wenn ihr euch den anschaut, der sieht natürlich im Gegensatz zum Bamboo ein ganz schönes Stück billiger aus, was er wahrscheinlich auch ist. Ja. Gut. Man muss Abstriche machen. Es gibt mit Sicherheit viele Leute, die keinerlei Probleme haben mit diesem Kiri 4 Plus. Ich habe es jetzt gehabt. Muss aber sagen, seitdem das weg ist, seitdem ist es ein echt geiler Drucker. Also da kannst du nichts mehr sagen. Bis auf eben diese Sachen, wo man sagt, ja gut, wenn man näher hinschaut. Also von außen sieht der super aus. Das ist das schönste Kiri, den ihr bisher gesehen habt wahrscheinlich. Von außen sieht er super aus, wenn man den noch näher hinschaut. Ja, es ist halt im Prinzip so wie... Nein, ich sage es jetzt nicht. Genau. Ansonsten, ja. Einen Pupshoot mag ich. Das Kiri Studio ist wie das Bamboo Studio. Mag ich auch. Jetzt muss er nur noch so lange und so zuverlässig arbeiten wie meine zwei Bambus, die ich jetzt mittlerweile hier habe. Denn da hatte ich noch nie einen Ausfall. Hier hatte ich eigentlich auch keinen Ausfall. Es sah nur einfach scheiße aus. Ausfall hatte ich noch keinen. Und da bin ich gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch ausschaut. Wie gesagt, mit den SSRs passt es auf. Lasst da nicht die Heizung an. Das kann blöde enden, wenn die abrauchen. Genauso, ja. Wenn ihr solche Probleme habt, wenn es hässlich aussieht, knackelt es einfach mal an eurem Druckkopf, ob der auch Spiel hat. Jetzt wisst ihr ja auch, was ihr machen müsst. Einfach ein Klebeband auf das Grafitteil draufkleben. Dann ist es wieder fest. Natürlich kann es eigentlich nicht die Lösung sein, aber wie gesagt, vielleicht gibt es ja dann irgendwann mal Druckköpfe zum Drucken, die dann eben besser gebaut sind. Da bin ich mir fast sicher. Das kann man nämlich mit Sicherheit machen, dass man ihn kleiner macht und schöner und besser. Das sollte nicht das große Problem sein, da ein Druckteil reinzubauen. Dass das Ganze fixiert, glaube ich, sollte auch kein Problem sein. Ja, ansonsten, das Clipper funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Ich habe auch die ganzen Sensoren da drin. Was mich etwas irritiert hat am Anfang, war, dass die Treiber immer so bei 96 Grad waren. Lustigerweise, nachdem ich jetzt das hier gemacht habe und ich dachte, die Treiber müssen jetzt noch heißer werden, sind sie eigentlich nicht geworden. Kann vielleicht auch am Wetter liegen, weil es jetzt einfach kälter ist. Wir haben jetzt hier nur noch 21 Grad und keine 25 mehr. Kann natürlich auch alles damit zu tun haben. Was ich jetzt noch nicht probiert habe, ist eben diese Bauraumheizung. Die brauche ich im Normalfall nicht. Was ich auch nie an habe, lustigerweise, was auch bei mir standardmäßig nie an war, ist der AUX-Lüfter an der Seite, der eben in die Modelle reinbläst. Da hatte ich kein Problem, weil er einfach nie an war. Also weder mit dem Kidi Slicer noch mit dem Kidi Studio war dieser AUX Fan an. Weiß auch nicht wozu. Oder warum nicht. Aber wie gesagt, hat weniger Probleme bei mir gemacht, deswegen war es eigentlich ganz gut. Ja, ansonsten wie gesagt, wenn ihr Fragen habt zu dem Teil, gerne noch in die Kommentare. Noch ist er da. Ich glaube, ich behalte ihn auch erstmal, weil er interessiert mich dann doch, weil er ein großer Drucker ist, der einen Pupshoot hinten hat. Das haben ja die anderen noch nicht hingekriegt. Mich interessiert dann, wie es mit den neueren Druckern dann so weitergeht, was da noch alles passiert. Wir hören ansonsten, drückt mir die Kommentare. Falsch. Drückt mir die Abonnenten und die Glocken. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Lasst mir ein Like da. Genau. Pfiat sich.